aufgegessen ich glaube wenn überhaupt hat es zwei minuten gedauert wampe ist angeschwollen hat es denn geschmeckert schon man eigentlich nicht so richtig meckern hier über die küche beine vertreten und in nicht allzu langer zeit sieht man ihn wieder irgendwo vielleicht werden sich heute auch nicht so viele die beine vertreten oder man nimmt noch ein schlückchen das ist hinten in den eimern zu finden der Troubadour